Untertitelung des ZDF, 2020 Alex ist ein Frauenheld. Du willst ihn für dich. Das wäre toll. Ich wüsste das zu schätzen. Alex. Tanja. Wenn du die Linie übertrittst, wird ihr Fluch ewig halten. Hallo. Na, wie geht's? Du bist der Führer in die magische Fernsehwelt. Aber ich verstehe die Show. Machst du Witze? Sag schon, der Unfall und die Sache in der Fernsehshow, das war doch keine Absicht. Du denkst nur zu viel. Du glaubst nicht an Magie? Hab ich nie, bis ich dich getroffen habe. Dein Lächeln ist reine Magie. Hallo, Caesar. Verlass sie. Gut, dass du verflucht bist. Hast du inzwischen Angst bekommen? Ist du Halluzination? Ich hab dich gewarnt. Hey, was willst du? Rustam hat dir magische Kräfte gegeben. Und du hast das Mädchen verflucht. Dieser Weg ist nicht einer. Der einzige Ausweg ist das Ritual. Folge deinem eigenen Weg. Sollen wir anfangen? Fangen wir an. Der Fluch kann nur von einem Freiwilligen übernommen werden. Tanja, er hat dich nicht verlassen. Er konnte dich nicht mehr halten. Und zwei! Tanja, alles wird wieder gut. Ich weiß eine Lösung. Nur Lieb ist stärker als Magie. Guter Junge. Er liebt seine Tanja. Alex! Tanja! Drei! Du bist gern. Du hast für heute gewonnen.